Hallo und jetzt zurück zu Simutrans, wo ich hoffentlich ein bisschen was gelernt habe. Ich habe auch extra die Kommentare am zweiten Schirm aufgemacht. Ich habe da wohl offensichtlich letztes Mal die Zahlen ein bisschen falsch interpretiert, falsch gelesen, was auch immer. Und tatsächlich liegt es einfach daran, dass wohl diverse Dinge in unserer Kette sozusagen vollgelaufen sind. Damit müssen wir jetzt schauen, ob wir das noch schnell reparieren können und wenn wie. Der hier muss auf jeden Fall mal wieder laden, sonst machen wir da riesen Verlust. Ich glaube im Endeffekt wird es im Moment liegen an der Autoteilefabrik. Warum und ob die Theorie stimmt, das werden wir gleich sehen. Ich habe auch ein, zwei Dinge überlegt, wie wir drumherum kommen, aber dazu gleich, wenn wir uns das mal kurz angeschaut haben. Also im Moment haben wir hier einfach eine Menge Stahl, aber mit zwei Zügen sollte man es eigentlich schaffen, den Stahl zur Genüge abzutransportieren. Und vielleicht schauen wir uns lieber hier die Stahl, äh Stahlwalzwerk an, weil den Lagerstand müssen wir uns insofern nicht einblenden, weil wir den ja hier auch sehen, mehr oder weniger, dass ja der Lagerstand plus das, was gerade auf den Zügen ist, also was unterwegs ist sozusagen. Also und hier haben wir ja immer ein bisschen, sind wir immer ein bisschen am Anschlag, was den Erzlagerstand angeht, also da haben wir fast zu viel. Aber es geht und eben Stahl wird fleißig abgeholt und wenn eben hier das Erzlager übervoll ist, wird kein Erzmeier angeliefert, beziehungsweise wenn das Stahllager voll ist und das ist dann voll, wenn der Bahnhof voll ist, dann geht hier sowieso nichts mehr und das war wohl offensichtlich der Fall. Gut, dann ist eben die Frage, wie geht es der Autoteilfabrik und ich glaube, da haben wir eher ein Problem, weil wenn wir das Stahlwerk jetzt natürlich ausreizen mit 1852 Einheiten pro Monat und das macht man mehr oder weniger, weil hier ist laufend Erz, denn es wird laufend produziert, dann im Umkehrschluss, wenn wir den ganzen Stahl auch zur Autoteilfabrik liefern, dann wird hier eben das Lager nach und nach voll laufen, was auch im Moment so ausschaut. Heißt, Autoteilfabrik müssen wir die Produktion erhöhen oder könnten wir die Produktion erhöhen und das geht ja mit Strom. Ich glaube, man verdoppelt sie, wenn es mich nicht ganz täuscht mit Strom und Strom könnten wir herstellen hier in unserem Kraftwerk. Wo war denn das nochmal? Da ist es, das auch eine Menge Kohlezechen da in der Nähe hat, also von der Versorgung her wäre es kein Problem. Ist natürlich die Frage, lohnt sich das Ganze? Ich habe mir erlaubt, ein bisschen zu testen, einfach, dass ich ein Gefühl bekomme für die Sache und über den Daumen, und das ist wirklich grob gerechnet, wenn wir hier das Kohlekraftwerk mit der Autoteilfabrik verbinden und laufend Strom liefern, dann lohnen sich die Leitungen, weil die kosten ja auch Betrieb. Das heißt, wenn die stehen und kein Strom produziert wird, dann bringen die auch nichts, wenn aber Strom produziert wird, beziehungsweise muss man vielmehr sagen, wenn Strom verbraucht wird, dann verdienen wir eben auch an der Stromproduktion oder am Stromtransport, wie auch immer man es sehen will. Allerdings wird Strom nur dann verbraucht, wenn produziert wird. Heißt also auch, wenn wir das hier jetzt bei Strom sozusagen erhöhen auf 2800 Einheiten im Monat und wir haben dann nicht mehr genug Stahl, dann wird nicht laufend Strom verbraucht und dann lohnen sich die Leitungen auch eventuell nicht. Also, wenn wir das mit Strom versorgen, müssen wir vermutlich noch einen Ticken mehr Stahl liefern, was auch heißen könnte, wir schließen auch Stahlwalzwerk an Strom an. Weil an dem hier, an der Autofabrik, glaube ich, scheitert es nicht, weil die verbraucht ja mehr, wie die hier produzieren kann. Heißt, die Schwachstelle so gesehen ist die Autoteilefabrik. Okay, das ist mal eine Sache und die zweite ist natürlich die Frage, wie produzieren wir Strom, indem wir Kohle anliefern und da ist eben die Frage, auf die kurze Distanz, mit was lohnt es sich da Kohle anzuliefern? Wir haben ähnlich kurze Distanzen da unten, mit Erz, von dem her habe ich halbwegs gute Hoffnung, dass es mit einem Zug von vernünftiger Länge klappen könnte, dass wir hier ein bisschen Plus machen mit Kohletransport und eventuell auch eine gute Gelegenheit, dass wir hier die Schmalspur ausprobieren. Narrow Gauge, ein Meter ist die, habe ich mir sagen lassen, Schmalspurbahnschiene. Ich müsste allerdings erstmal schauen, was es da für Züge gibt und da können wir ja ein bisschen rechnen, sozusagen. Beziehungsweise wäre ich sogar bereit, ähnlich wie in der Stadt, sozusagen hier Strom zu produzieren, wissenderweise, dass die Anlieferung hier zwar keinen Gewinn macht, aber der Stromverkauf im Endeffekt dann. Analog zur Stadt wäre eben, dass wir in der Stadt mit Bussen fahren, was uns, jetzt ist die Stadt relativ weit weg, glaube ich, na hier, was uns nicht viel Geld bringt, aber im Endeffekt halt dem Stadtwachstum hilft und uns später dann wieder. Also, ja, sozusagen ein Service für die ganze Gegend. Also das ist auch eine Überlegung. Und dann haben wir natürlich noch offen, die ganze Produktionskette hier zu machen mit der Bäckerei und auch da haben wir ja Stromkonsumenten, wo wir das Ganze erhöhen könnten, weil eben eine Bäckerei zum Beispiel maximal 388 Einheiten ist natürlich nicht allzu viel in Bezug auf die Getreidemühle, die produziert, ja, das Doppelte mehr wie das Doppelte. Also hätten wir hier auch einen potenziellen Kandidaten, um Strom zu verbrauchen. Vorausgesetzt natürlich, wir beliefern keine andere Bäckerei, klar. Ja, also Strom, glaube ich, werden wir uns dann auch bald anschauen, weil ich kann mir vorstellen, dass es sich lohnt. Die Frage ist eben Schmalspur oder was anderes. Und was anderes ist in dem Fall fast zwangsweise die normale Eisenbahn, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass wir noch keine LKWs haben, oder? Genau, wir haben nur Pferdekutschen. Und was haben wir für Anhänger? Stückgut und Schüttgut für landwirtschaftliche Produkte. Okay, wir könnten also Kohle im Moment gar nicht mit der Straße transportieren. Gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir das Thema Getreidemühle an und schauen wir dann später vorbei bei der Autoteilfabrik, wie es dort läuft und dann überlegen wir uns die Sache mit dem Strom. Gut. Also, wer ist hier Lieferant, ist die Frage. Ich glaube, da nehme ich mir die Minimap zur Hilfe, um das zu analysieren, sozusagen. Hier also ist die Getreidemühle und die Getreidehöfe, wie gesagt, ich glaube nach wie vor, die sind nach Entfernung sortiert. Ja, ich glaube, das kommt hin. Also, der nächste ist da oben, nicht allzu weit entfernt. Und der zweite, beziehungsweise ist die Frage, wie viel produzieren die maximal? 572, das heißt mehr wie 2, im Moment lohnt eh nicht anzuschließen. 336, das würde eigentlich super zusammenpassen, die 2 zu verwenden. Also, einmal hier rauf und einmal hier runter. Ja, warum nicht? Könnte man vielleicht sogar irgendwie da zusammenschließen mit dem Kohlekraftwerk, also zum erstenen die Gleise zusammenschließen. Dann schauen wir uns mal Schmalspur kurz an, nur um mal einen Vergleich zu haben. Ähm, ich baue einfach mal flotten Depot und dann, wo würde man denn ein Depot bauen, wenn wir tatsächlich dann Schmalspurzüge bauen? Ehe, vermutlich hier irgendwo. So, gibt es da auch, äh, Oberleitungen? Ich sehe mal auf die Schnelle keine. Also, was haben wir für Loks? Zwei Stück, 30 und 45 kmh. Ja, vom Gefühl her, wenn wir auf jeden Fall die schnellere nehmen müssen. Und Waggons, ja, Schüttgut, Schüttgut, Schüttgut. Das ist in dem Fall das, was uns interessiert, beziehungsweise Getreide. 40, 50, 90 kmh. Ja, das heißt, die mit 50 würden sich theoretisch lohnen. Die haben die doppelte Zuladung noch dazu. Und auch in etwa die doppelten Betriebskosten, ja. Also rein von den Kosten her, äh, schätze ich, würden sich die schnelleren ein bisschen mehr lohnen, insofern, dass man vielleicht mehr bezahlt bekommt, wenn das Zeug schneller tot ist. Ähm, müssen wir eigentlich mal durchrechnen, weil 50 ist jetzt nicht allzu schnell. Wie schnell sind wir denn hier unterwegs bei unserem, ähm, R-Zug? Der fährt maximal 90 und, ja, schafft es streckenweise auch fast. Kommt es auf ungefähr 80. Und verdient gutes Geld. Ja, wir können es einfach probieren. Versuchen wir es einfach. Schmalspurbahn. Und sonst bauen wir es halt um. Haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Was soll es? Zum Experimentieren. Können wir das, können wir das gerne mal machen. Also, dann haben wir hier unseren Bahnhof am Kohlekraftwerk. Da brauchen wir das gute Stück hier. Kleiner Bahnsteig machen wir mal, keine Ahnung wie lange, Länge 4. Sollte hoffentlich, ja, was heißt, sollte genügen. Es kommt darauf an, wie viel Zugkraft wir hier haben. Und dann starten wir mal. Achso, eigentlich wollte ich mit dem Getreide anfangen, nicht mit der Kohle. Äh, ja, auch die Verbindung hier wäre sehr nah zusammen. Wisst ihr was? Wir versuchen es jetzt einfach. Probieren wir es und schauen wir, was rauskommt. Also, da können wir mehr oder weniger direkt runterfahren. Ähm, da können wir vielleicht die Straße ein Stückchen verlegen. Oder da gibt es sonst keine Möglichkeit, glaube ich, da zu kreuzen. So, heißt, Straßenbau, das ist eine Landstraße, naja, eine Bundesstraße, so wie es ausschaut. Zumindest sehe ich hier die Pfosten stehen. Und ja, auch dieses Mal natürlich wieder die Frage, wer bezahlt solche Umbauten. Bezahlt das die Stadt oder bezahlen das wir? So, dann machen wir es jetzt einfach mal zum Starten ganz einfach. Wobei hier sollte man vielleicht ein zweites Gleis einplanen. Und hier eventuell auch. Okay, wir werden sehen, ob sich das lohnt. Auf so kurzen Strecken, wer weiß, kann es durchaus sein. Okay, und dann müssen wir noch da runter. Hier fahren wir im Moment einfach mal durch. Zwar nicht ganz ideal, aber okay. Und da müssen wir dann noch schauen, wie wir hier mit den Signalen und mehr Strecken, Spuren, wie auch immer, machen. Ob wir da, vielleicht war das doch nicht ganz so ideal, und wir hätten es eher hier hin bauen sollen, den zweiten Bahnsteig. Ah, das werden wir noch rausfinden. Okay, und da fahren wir wo runter? Mal schauen, dass wir möglichst wenig Kurven machen. Da haben wir wieder dasselbe Problem, dass wir hier nicht über die Straße kommen. Ah, da kommen wir sowieso nicht drüber. Fällt mir gerade auf, mit der Methode. Da müssen wir entweder, sagen wir dann eine Brücke drüber bauen, wäre vielleicht die beste Idee. Weil sonst müssen wir beides hier einmal kurzzeitig geradeaus führen. Das will ich eigentlich auch nicht. Da muss hier irgendwo eine Brücke hin. Ah, vielleicht vorher die Schiene noch ein Stückchen legen. So. Ich glaube, näher zusammen geht es fast nicht. Okay. Ich hoffe, Schmalspur lohnt sich, und ich muss da nicht wieder alles umbauen. Man kostet es nicht extrem viel, von dem her geht es. So, ich hoffe, ich habe wieder mal überall zusammengeschlossen, das will wir auch noch rausfinden. Ja, und das Depot ist jetzt eh schön mittig, sozusagen. Ich würde sagen, kurz mal zumindest optisch prüfen. Aber auf den ersten Blick schaut es ganz gut aus. Einfach mal versuchen. Also, lassen wir es mal darauf ankommen. Eine etwas stärke Lokomotive, weil es man 240 KW als stark bezeichnen kann. Und was geht es daran? Ich würde sagen, wir entscheiden uns für die hier. Mal schauen. Gut, das wäre jetzt eh das Maximum, dass er noch halbwegs schnell fährt. Haltlänge 3. Haben wir fünf Waggons dran. Versuchen wir es einfach mal. Und schauen, was rauskommt. Na, ist doch in dem Falle, muss mich da jetzt korrigieren, eine etwas weitere Strecke. Mal schauen. Mal schauen, ob sich das dann immer noch lohnt. Die Betriebskosten pro Kilometer sind ziemlich hoch. Sehe ich gerade. Da sind wir leider weit davon entfernt, dass sich das lohnt. Das ist nicht so gut. Man hier für die Kohle vielleicht, aber hier für die Strecke. Was braucht man denn da? Das ist Stückgut. Und jetzt haben wir da eh schon ein bisschen was produziert. Müssen wir einfach ein wenig experimentieren. Vielleicht lohnt es sich zumindest für das Stückgut. Verwendet man dieselbe Lokomotive, würde ich sagen. So, heißt weg mit dem. Ran mit dem. Haben wir eh nicht mehr Auswahl. Oh, da können wir lang 40 fahren. Waren wir mal bei Haltlänge 4. Wobei, das könnte sich wirklich lohnen mit Stückgut. Auf die kurze Strecke da runter. Was geht da ran maximal? Ob, zu viel. Haltlänge 5. Na, versuchen wir das mal. Müssen wir halt den Bahnsteig noch ein bisschen verlängern. Also. Ja, Experimentierfolge. Warum nicht? Kommen wir vielleicht auf neue Sachen drauf. Und hier haben wir eh noch ein bisschen Platz. Dann schauen wir mal. Noch schnell. Ah, nicht zum Depot. Ah. Gut. Eh wieder rückgängig gemacht. Wollte nur sicherstellen, dass er wirklich lädt. Vielen Dank auch für den Tipp mit Zug anhalten. So, ich hoffe, das geht sich aus. Ja, perfekt. 120 Paletten. Jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen und schauen, mit wie viel Geld wir hier starten, wenn er losfährt. Also ich würde sagen, minus 12.650. Mal schauen, ob wir das halbwegs merken können. Jetzt sind es 1000, 1000, ungefähr 1000 hat es gekostet, darüber zu fahren. Und, ja, 1100, 1200 gebracht. Also auch nicht wirklich sehr rentabel. Hm. Hm, hm, hm. Wie gehen wir jetzt um mit dem? Also auf die lange Strecke lohnt es sich definitiv nicht. Kann man das eigentlich umbauen zu einer normalen Strecke? Das haben wir leider, leider abreißen müssen. Ja, schade. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es lohnt einfach nicht. Ich hätte es gerne probiert. Machen wir es einfach so. Ich lasse es mal für das kleine Stückchen da oben. Ich glaube, da haben wir noch Züge, die wir abreißen müssen. Für das Stückchen hier können wir es ja lassen. Kleines Spaßprojekt sozusagen. Und ihr schreibt es mir einfach in die Kommentare, wo wir uns die Schmalspur anschauen sollen. Offensichtlich nicht für so einen Einsatz. Oder ich mache irgendwas falsch. So. Da haben wir ein paar, die wir noch verkaufen sollten. So. Da können wir es abreißen. Und dann werden wir das Ganze... Achso, Moment. Da brauchen wir das andere Tool. Da werden wir das Ganze... ...mit den Gleisen ausführen. Aber trotzdem hier, glaube ich, vorbei. Am Kohlekraftwerk. So. Wie hat man das da jetzt? So, ne? Genau. Und da den Hügel rauf. Okay. Machen wir mal 5. Schauen, was rauskommt. Hier brauchen wir jetzt im Moment ja keinen Halt. Und da müssen wir jetzt schauen, wie wir das jetzt umbauen oder anpassen. Na ja, eigentlich braucht man nur hier den Bahnhof. Und auch wenn es jetzt ordentlich extra kostet, ich weiß, ich wäre fast dafür, dass wir hier die zwei Gleise lassen. Und wenn es nur ein Deko-Element ist, warum nicht? Ein Depot brauchen wir allerdings gelegentlich ab und zu. Dann kann man das hier hinten ran bauen. Und kann man die eigentlich verbinden? Wird das dasselbe Bahnhof? Das schaut gut aus. Und dann müssen wir noch schauen, wie wir da raufkommen. Da werden wir die Straße noch ein Stückchen umbauen müssen. So, Straßentool. Okay. Ja, geht. Schaut nicht so schlimm aus, wie gedacht. Oder wie befürchtet. So, dann hoffen wir, dass hier nach wie vor 5 eine gute Länge ist. Das werden wir rausfinden. So, jetzt haben wir natürlich das vergessen, ein Signal zu bauen. Und der Bahnhof, so gesehen, ist eigentlich unnötig. Was soll's. Wenn irgendwas zu viel ist, können wir es dann auch noch rückbauen. Kein Problem. Wir verbrauchen zwar gerade ordentlich Geld. Wobei ich glaube, ein großer Teil davon ist viel Lokomotive draufgegangen. Was sich jetzt nicht ändern wird, ist die Frage, sollen wir jetzt hier mit unserem Standardmodell von unten fahren. Das war, glaube ich, die hier, oder? Oder sollen wir da schon Elektro fahren? Aber ich glaube, die Mengen, von den Mengen her, wäre es besser geeignet. Das ist die S36, die da wirklich gutes Geld verdient, muss ich sagen. So, zu weit geblättert. Da sind wir. Okay, dann versuchen wir das nochmal. Die S36 mit, ja, ist jetzt eben die Frage, in dem Fall 90 kmh. Moment, das ist jetzt nicht das Falsche. Habt man vorher jetzt landwirtschaftliche? Nein, jetzt muss ich nochmal schauen. Das zählt schon als Schüttgut, oder? Na, landwirtschaftliche Produkte. Ich habe aber vorher schon hoffentlich das Richtige geliefert. Nein, wir haben irgendwas verdient. Wir haben ja irgendwas da angeliefert. Also irgendwas ist da ja angekommen. Von dem her muss es, müssen wir es richtig gemacht haben. Vielleicht bei der Schmalspur. Kann das sein, dass bei der Schmalspur, ja, wir können es eigentlich direkt nachschauen, die Waggons nicht gibt. Ah, nein, ich habe automatisch die da genommen für die landwirtschaftlichen Produkte. Passt, war richtig. Okay. Das heißt, hier haben wir eh nur, in dem Fall, die oder die zur Verfügung. Ah, da hätten wir sogar schon was für 130, sehe ich. Und die fährt ja 120. Die Gleise geben zwar nur 100 her, aber dann kann man die Gleise noch aufwerten. Oh, da haben wir allerdings nicht viel Platz da hinten dran. Mann, 32 Tonnen ist eine Menge. Dann drücken wir es vielleicht so runter. Ah, die ist wirklich, boah, die ist wirklich schnell überladen. Soviel zum Thema Haltlänge 5. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal so. Wir müssen es sowieso probieren. Sonst können wir immer noch ändern. So, bitte vollladen. Und loslegen. Und dann werden wir uns das ein bisschen noch anschauen. Und dann ist eh Zeit für eine Pause. Weil die kann jetzt richtig schnell runterfahren. Also theoretisch 120, wenn wir die Gleise noch anpassen. So, da wird jetzt nicht allzu viel produziert. Aber wir haben ja dann zwei Quellen, die wir anzapfen werden. Dann schauen wir mal, wie es jetzt da finanziell ausschaut. Für die Fahrt. Ja, auf jeden Fall besser. Ob es sich lohnt, ist eine andere Frage. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, mit wie viel wir losgefahren sind. Aber ich glaube, wir verdienen ein bisschen was. Auf die Art und Weise. Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht. Die hier, befürchte ich allerdings, macht Minus. Die hat unglaublich hohe Betriebskosten pro Kilometer. Puh. Na, es ist viel zu viel. Also wir haben da jetzt zwar 120 Platz, aber 55, also da hätte ich ein bisschen genauer schauen sollen, glaube ich, auf die Betriebskosten. 55 pro Kilometer für 120 Paletten Stückgut bei der Geschwindigkeit. Ja, wenn ich da mit hier vergleiche, falls ich sie sehe, da ist sie. Da fahren wir mit dem Doppelten, mehr mit dem Doppelten und nicht, definitiv nicht mehr mit dem Doppelten an Betriebskosten. Wir fahren noch dazu bis zu 90 anstatt 50 oder 45 oder wie auch immer. Also schaut nicht gut aus für die Schmalspurbahn. So. Ah, und hier haben wir jetzt die schöne Situation, vor der ich ein bisschen Angst hatte. Da hätte man auch schauen sollen. Da haben wir jetzt nicht mehr genug Stahl mittlerweile. Könnte auch ein Grund sein, warum wir jetzt da so weit im Minus sind mittlerweile. Also ich würde sagen, das lösen wir dann hoffentlich bis zum nächsten Mal oder nächstes Mal. dass wir solche Situationen noch verhindern, dass dann Zug nicht losfährt und der andere hinten blockiert. Wobei, da haben wir jetzt wahrlich tonnenweise Erz. Wortwörtlich. Ich würde fast sagen, wäre eine gute Idee, die Sachen mit dem Strom sich zu überlegen. Wenn das mal hier läuft und, ja, wenn ich es auch mal finden würde und was ja schon mehr oder weniger der Fall ist. Also wir verdienen ein bisschen was mit dem Getreide. Ich muss immer die Züge suchen. Hoffe ich zumindest, dass wir ein bisschen was verdienen. Eventuell schauen wir, dass wir doch noch länger machen. Und die zweite Quelle müssen wir auch noch anzapfen. Das ist der hier da oben. Da haben wir dann auch noch, können wir hinten rumfahren, Gleise raufbauen und dann haben wir hier mal eine weitere Kette, die behaupte ich mal gut läuft. Und wenn wir dann auch die Produktion noch erhöhen wollen, was wir vermutlich dann müssen, weil wir hier dann das vermutlich etwas besser ausreizen, dann brauchen wir eh Strom. Ja, dann würde ich sagen, guter Plan fürs nächste Mal. Hier raufbauen, das verbinden und dann kümmern wir uns um das Thema Strom. Und dann suche ich noch nach einer guten Lösung, dass uns hier das nicht wieder passiert, so ein Zugstau. Das kostet nämlich Unsummen, wenn man das nicht mitbekommt vor allem. Okay, da stehen noch gute Zahlen, aber trotzdem. Wie schaut es hier aus? Ich hoffe, da sehe ich auch noch ein Plus. Oh, knappes Minus. Okay, das haben wir nicht gesehen. Aber ich glaube eben, wenn wir da überall die Produktion noch mal erhöhen, überall Strom zuliefern, dann können wir da noch mehr verdienen. Bei den Erzgruben, da bringt das eh nichts. Okay, gut. Aus, Ende. Ich wollte eigentlich 25 Minuten machen und nicht 30. Bisschen Puffer brauche ich zwar immer, aber jetzt ist gut. Und ich werde schauen, dass ich die nächste und übernächste Folge relativ schnell noch aufnehme, vor allem, weil ich auch noch genug zum Tun habe. Und dann sammle ich die Kommentare und werde sie in Folge 7 voraussichtlich zusammenfassend kommentieren. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, tschau, vierdenk und baba.